Die Zweitliga-Saison 23-24 ist beendet und auch hier gibt es wie bei allen anderen Ligen natürlich auch mein Team of the Season, welche elf Spieler meiner Meinung nach auf den jeweiligen Positionen am besten performt haben. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Was die Formation angeht, spiele ich in einem 4-3-3, beziehungsweise schon ein sehr offensives 4-3-3, was die Achter angeht, wie ihr nachher sehen werdet. Aber los geht es natürlich von hinten heraus im Tor und da ist die Wahl für mich eigentlich komplett klar mit Weiner von Kiel. Der war meiner Ansicht nach definitiv der beste Keeper der Liga, auch weil ich da jetzt keine allzu krassen Alternativen sehe. Rechtsverteidiger ist bei mir Raphael Obermeier von Paderborn, wird viele jetzt vielleicht überraschen, haben jetzt vielleicht nicht alle auf dem Schirm, aber für mich war er einfach über die komplette Saison gesehen der beste, beziehungsweise konstanteste Rechtsverteidiger, hat die rechte Schiene bei Paderborn da gut beackert, selbst Tore erzielt und viele Chancen kreiert, deshalb für mich Obermeier. Gab natürlich auch noch recht gute Alternativen, Zimmermann von Düsseldorf, Kenny von der Hertha, der allein von den Scorern hier auf jeden Fall genannt werden muss und natürlich auch Saljakas oder Becker von den zwei Top-Teams der Liga. Auch in der Innenverteidigung gab es für mich nicht allzu viele Kandidaten, die sich wirklich verdient hätten, also die Leistungsdichte ist da deutlich geringer, wie jetzt zum Beispiel im Mittelfeld oder im Angriff. Letztendlich ist meine Wahl auf Halstenberg und Smeet oder Smith von St. Pauli gefallen. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie man ihn jetzt ausspricht, jeder macht es irgendwie anders, aber das waren für mich auf jeden Fall die zwei besten Innenverteidiger, die auf jeden Fall, wenn die so auch zusammenspielen würden, ein sehr spielstarkes Duo wären. Alternativ kann man noch Neumann, ebenfalls von Hannover erwähnen und auch Jamil Siebert von Fortuna Düsseldorf. Beim Linksverteidiger habe ich mich tatsächlich recht schwer getan. Für viele ist es wahrscheinlich recht offensichtlich Tom Rote von Kiel, für den ich mich auch entschieden habe letztendlich, aber ich fand Muhheim vom HSV auch echt stark und der hat hier auf jeden Fall eine dicke Erwähnung verdient. Ansonsten kann man noch Puchatsch oder Kleinhansl erwähnen, auch wenn deren Teams nicht ganz so stark performt haben, aber die individuell waren links hinten auf jeden Fall stark. Gehen wir über zu meinem Dreier-Mittelfeld und wie schon angesprochen, wäre das in Realität viel zu offensiv. Ich habe mich jetzt letztendlich für drei recht ähnliche Spielertypen entschieden, alles sehr offensive Achter. Einerseits Laszlo Benisch mit 13 Toren, 11 Vorlagen und extrem viele wichtige Pässe gespielt im Spiel der Hamburger. Individuell mit der beste Spieler der Liga, auch wenn es für den HSV am Ende natürlich wieder nicht gereicht hat. Aber der muss hier unbedingt rein, hat auch nur 27 Spiele gemacht, aber da dann immer performt. Deshalb für mich unumstritten, genauso wie sein Partner auf der Acht, der ebenfalls in Hamburg spielt, beziehungsweise gespielt hat mit Marcel Hartl, auf den eigentlich genau das gleiche zutrifft, nur noch extremer, noch besser, deshalb muss er hier rein. Und der dritte Spieler schwimmt seit Jahren unter dem Radar, aber ich wollte unbedingt jemanden aus seinem Team dabei haben. Er spielt beim KSC und es ist natürlich Marvin Wanicek, der ein erneutes Mal überragend performt hat und mit Leistung vorangeht. Das Ding ist aber, im Zentrum gibt es einige Spieler, die es sich genauso verdient hätten, zum Beispiel die Doppelsex von Kiel mit Sander und Holtby hätten auch beide hier drin sein können. Zumindest einer, am Ende wird es jetzt keiner. Dann hast du von St. Pauli natürlich auch noch Irvine. Du hast Engelhardt, der bei Fortuna Düsseldorf auf der 6 wirklich in seiner ersten Zweitligasaison überragend war. Genauso von Düsseldorf hast du Tanaka, der aber ein bisschen zu selten in der Startelf stand letztendlich. Es gibt noch Robin Häuser von WN Wiesbaden, der individuell auch überragend war. Du kannst noch einen Enzo Leopold von Hannover nennen und auf Freiburg-Leigabe Robert Wagner, der bei Fürth wirklich sehr stark war. An der Stelle muss ich auch noch drei Zehner erwähnen. Die Position gibt es so nicht direkt in dem System, beziehungsweise ich hätte die schon auch als Achter reinpacken können, aber letztendlich hat es von den Leistungen nicht gereicht. Dennoch muss man Paul Nebel, Schinter Appelkamp und Can Usun auf jeden Fall erwähnen. Letzteren hätten viele vielleicht sogar drin gesehen, vor allem wenn sie nachher meinen zentralen Stürmer sehen. Aber bei Can Usun hat es mir ja noch nicht ganz gereicht. Ja, es war krass, wie er Nürnberg getragen hat. Seine Schusstechnik ist überragend und alles. Aber letztendlich fand ich jetzt nicht, dass er eine so viel bessere Saison gespielt hat, wie jetzt alle anderen hier in dem Team. Auch wenn er definitiv schon zu den besseren Zweitligaspielern gehört. Gehen wir über zu den Flügelspielern und starten rechts. Allerdings ist da dennoch ein linker Flügel, denn in dieser Zweitligasaison waren einfach zwei Linksaußen so stark, dass sie hier rein müssen. Der erste, den ich jetzt rechts mal platziert habe, ist natürlich Fabian Reese von der Hertha. Neun Tore und elf Vorlagen für Platz neun in der Liga. Der muss hier auf jeden Fall rein. Genauso wie Christos Czollis mit 22 Toren und sechs Vorlagen. Gut, jetzt habe ich den linken Flügel auch schon mal vorweggenommen. Rechts könnte man noch Afolajan von St. Pauli erwähnen, der auch eine gute Saison gespielt hat. Links gäbe es auch gute Alternativen mit Attic von Magdeburg, Rochelt von Elversberg oder Karaman, der bei Schalke wirklich gefühlt fast an allen Toren beteiligt war. Nun fehlt noch der Stürmer und wie gesagt ist das ein relativ kontroverser Pick, denn ich habe da Branimir Rigota von der Spielvereinigung führt. Elf Tore und fünf Vorlagen sehen für einen Stürmer gar nicht mehr so gut aus. Vor allem in Anbetracht dessen, was seine Konkurrenten auf der Position so für Zahlen geliefert haben. Nichtsdestotrotz hat er auf das vierte Spiel wirklich einen großen Einfluss und ist gar nicht mehr so wirklich der klassische Stürmer. Vor allem häufig an der Chancenkreation beteiligt, auch wenn man das an seinen fünf Vorlagen gar nicht mehr so wirklich ablesen kann. Aber er hat zum Beispiel 13 Großchancen herausgespielt, 2,0 wichtige Pässe pro Spiel gespielt. Also das sind für einen Neuner schon wirklich herausragende Werte und deshalb habe ich mich jetzt letztendlich für ihn entschieden. Auch weil ich irgendwie noch einen Spieler von Fürth drin haben wollte. Natürlich muss man an der Stelle auch noch über Tabakovic oder Glatzl reden. Aber da hatte ich halt das Problem, dass ich von den Teams nicht noch mehr Spieler drin haben wollte. Gerade bei der Hertha, da habe ich schon Reze. Und vom neunplatzierten der Liga wollte ich jetzt nicht unbedingt zwei Spieler im Team der Saison haben, das nur elf Plätze hat. Daher habe ich mich gegen den dennoch überragenden Tabakovic entschieden. Ansonsten muss man noch Matanovic vom KSC erwähnen. Ragnar Ache von Lautern, der hat zwar nicht so viel gespielt, aber wenn er gespielt hat, war er überragend. Und natürlich Britannien von WN Wiesbaden, den ich besonders schätze. Den sehe ich wirklich bei einem besseren Klub. Sei es Aufstiegskampf in der zweiten Liga oder Abstiegskampf in der ersten Liga. Von dem bin ich wirklich sehr angetan. Letzten Endes habe ich somit jeweils zwei Spieler von den Aufsteigern von St. Pauli und von Kiel. Und dann jeweils einen Spieler von Platz 3 bis Platz 9. Dementsprechend bin ich ganz zufrieden mit der Elf. Zum Beispiel hatte ich in der Bundesliga ja deutlich mehr von einzelnen Vereinen wie Leverkusen oder Stuttgart. Aber da waren auch die anderen Teams wirklich echt schlecht. In der zweiten Liga ist das Teilnehmerfeld deutlich enger beisammen gewesen. Deshalb finde ich das so eigentlich eine ganz gute und repräsentative Zusammenstellung. Wenn man das mit dem Team aus dem Vorjahr vergleicht, so habe ich tatsächlich zweimal die gleichen Spieler wie im Vorjahr. Einmal mit Fabian Rehse, der allerdings gewechselt ist. Und dann noch mit Marvin Wannicek, der wie immer beim KSC performt. Wobei natürlich auch viele davon aufgestiegen oder gewechselt sind. Das soweit mein Team der Saison der zweiten Bundesliga. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Gerne auch euer Team, wen ihr auf welcher Position am besten fandet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.